Willkommen zu einer neuen Folge von CRIT Autosport Online Der Penner hat für mich gestimmt, der Elende Wer? Der Krini Hier Krini, wenn du diese Folge irgendwann mal siehst, ja? Du bist ein Spasti So, ich musste mal loswerden Ich glaub, da würde ich trotzdem nicht verstehen Und hier Krini, Beschwerden bitte an TGN geben Ja Die verwalten mein Konto Oh, ich muss unbedingt was trinken, ey Ja, mach doch Ich mein, wir spielen jetzt auch schon 2 Stunden Da darf man auch mal Da darf man auch mal zum Trinken greifen Aber es macht auch grad riesen Fun, ey Ohne Scheiß Wenn mich nicht einer rauskicken würde, wärs kein Problem Naja, so Leute gibt's immer wieder So Leute gibt's immer wieder, Daniel Hier, Daniel So Leute gibt's immer wieder, die einfach es nett kapieren, einen nicht zu rammen Unfassbar Da steckt man einfach nett drin Also in deiner Situation schon, aber Ich bin der Einzigste jetzt mit dem Nissan Ah ja Ach du meinst jetzt, das macht's besser, das Auto, wenn du das Auto nimmst, was ich hatte Pfff, keine Ahnung, ich wollte's jetzt mal testen Aber schön vorne mit einer ersten Reihe END zu sehen Ja Der Klub END ist ganz gut, die Endgegner sind top Ja Schon viel Gutes von denen gehört, guck mal ich bin grün Ja, ich war so unfair, dass ich grün leuchte Daniel Ja, genau Ich kann doch nur Die Videos beweisen es Ich kann doch nur Die werden vernichtet, bei einmal gucken sind die weg Ja Ja, du kannst dir das ja gerne mal ansehen, Daniel Aber ich war echt fair Ja Ja, auch bei dir Du warst halt Im falschen Moment, am falschen Ort So Alter, was geht der ab? Guck dir das mal an Ja, das Ding ist getunt, was meinst du? Das Ding gehört dem Ja, das Ding ist dem, definitiv Boah, Alter, was soll denn der Scheiß Ja, erst ist er unsichtbar, auf einmal taucht er wieder auf und äh Fahr ich voll rein Kacke, Mann, letzter Ja, letzter ist kacke Ey, der grüne Grat ging mir echt auf den Sack Wenn man so ein Auto nicht fahren kann, dann soll man es lassen Boah, ihr habt aber auch den einen hier rausgehauen, der auch mit vorne bei mir war Ja Ey, es fällt wieder von hinten auf, sag mal, kannst du noch reden, Daniel, oder bin ich jetzt hier allein unterhalter? Ja, ich kann noch reden, ich bin gerade hier Ähm, scheiße Hochkonzentriert, oder was? Ja, weil ich zweier bin Oder ich bin im Tempo um den ersten Platz Ja, aber das macht man ja während dem Reden, hast du ja vorhin gesehen bei mir, ja? Ja 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 Lass mich doch einfach in Ruhe, du Elender Das denke ich mir auch gerade hier Fahr gegen die Wand, du Elender Du bist ein Spasti, Mann Also ich glaube, jetzt werde ich ein paar schlechte Stimmen bekommen Ja Ja, der hier auch, der IMAX Der Spacken So, den schiebe ich jetzt mal elegant nach draußen Wenn ich ihn kriege, warum konnte er sich halten eben? Ja, wenn das einer bei mir macht, bin ich weg Ja Also jetzt werden meine Stimmen nicht so gut ausfallen, jetzt ist meine Lenkung auch im Arsch Äh, ist mir egal Alter Ja Mr. IMAX, lass mich ja in Ruhe, du Elender Ja, er kriecht hier durch die Gegend Oh Mann, ey Das darf einfach nicht wahr sein Wow Jetzt bin ich Fünfter Das darf einfach nicht wahr sein Krasse Strecke, Mann Krasse Strecke, Mann Die sind zu krass, Mann Oh Gott, ich habe glaube ich keins mehr zum Unfassbar Das wird richtig teuer werden Der Spass Der ganze Spass hier wird richtig teuer werden Alter Fünf Sekunden, sechs Sekunden, sechs Sekunden festgehalten worden Ja, ist halt auch das Problem vorhin, wo ich so ausgeflippt bin Ey, hier geht einfach nur, wie viele Runden haben wir hier? Ach, sind die scheiß Meter wieder? Drei Minuten noch Ey, so ein Rennen kotzt mich ja an, ne? Diese scheiß Meter-Dinger hier Was willst du denn? Du bist doch an uns dran Ja, äh Klar bin ich an euch dran Was hast du denn gedacht? Ich muss erstmal dich wiederkriegen Ich bin doch direkt vor dir jetzt Ja Ich war vorhin letzter Meine Lenkung ist im Arsch Ja, ja, hast du noch mehr Ausreden? Doch! Ja, Auto fährt, ne? Gas geht nicht mehr Doch, doch, Gas geht, aber es zieht nach links Da hättest du halt einfach mal konzentrierter fahren müssen Genau Ich kann nicht mal mehr zurücksetzen, ich hab auch das Problem, ich kann nicht zurücksetzen Ich hab noch zweimal Ne, ich hab das, wo steht denn das überhaupt? Links unten dieses Lenkrad oder was weiß ich Ah, schön Jetzt seh ich Mein Auto ist kaputt Meins auch Mir hat einer mein Auto geschrottet, Daniel Ich glaub das ja nicht Da hat einer, wenn das Auto im Arsch ist, ist fertig So, bei wem guck ich zu? Ich guck bei dir ausgerechnet zu Schau mal, wie du so fährst So, hier sind wir beim PharmaDot Da können wir gerne sehen, wie er hier Wie er hier schlecht fährt Schlecht fährt der, der rausfliegt Halt die Fresse, Alter, ich kann nicht Der hat, hier Hier, hier steht Evo Wanz hat das Fahrzeug zerstört Ja, das steht da Echt? Ja, der hat mein Auto zerstört Ich bin an den Pfosten, er ist in mich rein, mein Auto kaputt Was ist denn mit dir eigentlich? Fährst du doch? Ja, halt straflich Wir gucken dir, wir gucken dir hier alle zu, du musst schon Gas geben Also, hier gucken dir grad mindestens 10.000, 20.000 Leute zu Daniel Mindestens Deine Chance berühmt zu werden, das ist genau jetzt ist grad dein Moment Ja, genau Jetzt ist grad dein Moment, wo du festhalten solltest Ja, die Videos kriegen ja alle 20.000 Aufrufe So, ich darf noch mal daran erinnern, dass es diesen Club Endgegner gibt Mit dem Kürzel END, wie es unten links in der Ecke steht Ja, einfach mal suchen auf Racenet Und ist offen, kommt einfach zu uns rein Ja, viel mehr Werbung geht ja gar nicht, was wir hier an Werbung breiten Ihr könnt auch gerne mal, Twitter ist auch okay, sucht doch mal einen Abkratzer auf Twitter Ja, 6.000 Leute haben den auch schon da gefunden, da könnt ihr auch nochmal ran Oder mal abonnieren, ja abonniert doch mal diesen Kanal Ist auch so eine super Sache Was man so alles machen kann, wenn man Zeit hat, Daniel Ist unglaublich Ja, siehste, siehste, ich geb dir ja die Zeit dafür Hast alle Zeit, Daniel Kannst du mir mit zugucken Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das Auto schon mal eher zerstört Na? Ach, fack ich nicht mehr Da wird's einem ja schlecht, wie du fährst Und wo ist denn dein Auto? Ach, da kommt er angebrettert Da kommt er! Der Farmer dort kommt! Die ganze Zeit vorne mitgefahren und dann sowas Ja Jetzt fragt man sich bestimmt, wie hat der Idiot das gepackt, 11.500 Meter zu fahren? Ich hab zum Glück einen Videobeweis Aber wenn der mein Auto zerstört hat, das heißt ich krieg hier richtig gerade Das wird richtig toll Oh, 3.200 Ein Abzug von 1.800 Also, ich merk mir den, wer das auch immer war Der kriegt jetzt hier erstmal richtig fett einen reingebürgt Der eh irgendwas hieß der Wie viel hast du abgezogen gekriegt? Naja, nur 1.800 Oh, geht ja Ich will die rechte Strecke Ich auch Ja? Brandfatsch Ja, aber nicht wieder mit dem Mini, Mann Nein, das bitte nicht, aber wahrscheinlich Ja, aber oben links ist orange, aber das ändert glaube ich erst wenn es umspinkt Auf blau Nee, blau Nee, blau Links wäre orange gewesen Schau mal nach, ganz schnell nach Nein, es ist der Mini, ich schlipp aus, nein Scheiße Wer hat mich rausgehauen, hier der Evan Goch war das bestimmt Der war das Oh, guck mal, du hast eine Stimme nach hinten Ich krieg auf den hier Ja, hier war ich die oberen da Wir haben hier da uns gedisst haben da oben Aber da konnte ich nichts dazu, der eine hat mich gestummt gegen den anderen, ich bin alles wie ein Flipper hin und her Na gut Guck mal, das ist eine Endkröte Ja, hab schon gesehen, aber schon die ganze Zeit dabei Ja? Jetzt hast du sogar zwei Stimmen gekriegt, zwei Leute wollten, dass du rausfliegst Dani, das können die nicht machen Drei Leute, das ist die dritte, da fehlt noch die dritte Stimme Ja, der hat es nicht kapiert, wie es geht Ich dachte, wenn man alle sechs oder fünf voll hat, kriegt man irgendwas besonderes Ja, einen Abflug kriegst du Ja, ein neues Auto Ja, einen Freiflug kriegst du Aber guck mal, wir sind doch alle grün, ich weiß gar nicht, was wir gegen dich haben Ja Außer hier der Evan Goch Ja, der Penner, wegen dem bin ich raus Ich wusste gar nicht, dass das geht Ich auch nicht Mann, Mann, Mann Oh Ja, ein Haufen voller Minis Ja, ein Haufen voller Minis Das kann nicht gut gehen Warum haben die denn alle Lila? Nee, warum alle? Ganz schön viele mit dabei, oder? Ich sehe bis jetzt nur uns zwei Okay, das reicht, oh guck mal R.I.P. Ja, hab auch schon gesehen Ja, hab auch schon gesehen Doch einer ist noch Lila, hier der Gunzic Ja, hat auch recht, schöne Farbe Die haben den gekauft, den Mini, guck mal, die haben den alle getunt Ehrlich jetzt? Ja, hier, der geht schon ab wie die Hölle Sollten wir vielleicht auch machen Ich habe mal gerammt, dass ich dann noch eine Stimme kriege, die wohl, dass ich rausfliege Du meinst, die, die gefehlt hat, muss noch geholt werden, die Stimme? Ja Das ist schön Oh, jetzt geht sie vorwärts, oder? Wer? Nee, ist immer noch rückwärts Nö, ich kenn die auch nur so Ich kenn sie andersrum Oh, sorry Ja, ja Es sei dir gegönnt Oh, ich hab eine Strafe gekriegt, aber warum? Das war doch nur einen Millimeter auf der Wiese Also wie gesagt, der Mini liegt mir einfach nicht Und wenn die sowieso das Ding hier getunt haben, ist eh scheißegal, was du machst Du kannst nicht rankommen an die Kannst du auch nicht Obwohl, aber so weit wegziehen tun die jetzt auch nicht Also ob die jetzt wirklich das Ding wirklich getunt haben, oder ob wir einfach nur scheiße fahren, Daniel Das ist halt eine andere Frage Hahaha Junge Ich geb dir Ich hab dich nicht berührt Ja, ist gut, ist gut Das war fair Ich lass den anderen So, der Reaper hat gemeint, der müsste mich mal überholen Dem hab ich ja auch gezeigt, dass das... Was machst du denn da? Du machst dir hier Funken Hier, Mr. Platz 3, ja Bleib ja auf der Strecke, Auto, Mann Ey, ich bin unkonzentriert grad ein bisschen Weil der Mini ist auch echt... Ich bin fast... Guck mal, die überholen mich alle, wie kann denn das sein? Äh, ich steh genauso auf dem Gas wie die auch Hau ab, Mann Ich krieg die Zeitstrafe Warum krieg ich die Zeitstrafe? Hier, die überholen alle, die haben wirklich die Teile getunt, ich steh auf dem Gas Am Auto ist nix kaputt Ja, die fahren aber auch grottig Ja, ja, warum krieg ich jetzt die Zeitstrafe? Das ist doch manchmal so unfair, das ist so zum Kotzen Ey, hier wollt grad einer bei mir einsteigen, der hat sich die Tür geöffnet bei mir, am Auto Unfassbar manchmal, ja Ey, ich bin Sechster Ich flipp aus Ey, wag dich mich zu rammen, Mann Da spring ich dir mit nem nackten Arsch ins Gesicht Ey, das ist einfach... Ey, noch ne ganze Runde danach, ja, ich krieg das Kotzen jetzt schon Was kannst du... Oh Da stummt mich einer an Ja, Zeitstrafe, ich hab ne Zeitstrafe, super Krieg ich noch eine, komm, gleich noch eine hinterher Das kann nicht wahr sein, Mann Wir müssen uns nen Mini zulegen, die Strecken kommen voll häufig Ja Mann, Mann, Mann Das können wir machen, wenn wir mal Geld über haben Erstmal ein richtiges Auto kaufen, so für 200.000, falls wir da zu viel Geld verlieren Ich muss erstmal meine 1800 von eben reinholen Obwohl ich ja vorhin schon über 20.000 hatte Hier, der macht mir mein Auto kaputt Der bescheuert Ah, dieses Scheiß abkürzen Ich krieg andauernd Zeitstrafe, Mann Ich auch Ja Das ist, weil wir zwei einfach nicht fair fahren können Doch, geht schon, aber wenn du dann so karrot machst, wie dich da reindrücken, was willst du denn da machen? Das ist manchmal... Boah, ich geh mit siebter Mit einem siebten Das ist manchmal so unfair geregelt, das ist unfassbar Ah, siebter, das ärgert mich schon ein bisschen Was machst du denn da gerade? Was? Ich hab nur mal, mein Headset hat verkehrt gesessen Ich muss das mal zurecht rutschen Eieieieiei Eieieiei 700 EP Dafür macht man so einen Stress Oh, gibt aber Geld Guck mal hier Können wir ruhig nochmal fahren 4.000 Ja, und 55 Kosten Das ist okay Ja Ich hab jetzt schon mit dem Taui gerechnet An Kosten, also an Abzügen Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben Bitte, bitte abonniert mich Sucht mich auf Twitter Sucht mich auf Facebook Und in diesem Sinne Haut da Rinne